Ich höre immer wieder, dass die Konzernverantwortungsinitiativen den Wettbewerb für Schweizer Unternehmungen durchschwächen. Aber es ist wie mit dem Ticketlösen für das blaue Bandchen. Die meisten Konzerne halten sich international an Menschenrechte und an Umweltstandards. Aber es geht nicht, dass sich die, die sich nicht daran halten, so einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Es geht auch nicht, dass man kein Ticket löst im blauen Bandchen. Darum stimmt ja am 29. November für die Konzernverantwortungsinitiative.